Servus, ich bin der Guido Csuk und wie ihr seht, sind wir hier heute auf dem Trail und das ist auch schon das Stichwort. Wir haben ja beim Shimano Motor drei Stufen und die Trail Stufe ist nicht nur die mittlere, wie viele denken, sondern die ist wirklich extra dafür konzipiert, damit sie euch genauso viel hilft, wie ihr braucht. Das heißt, bei rutschigem Untergrund und so weiter ist der ideal, das zeige ich euch jetzt gleich mal. Bis zum nächsten Mal.